Hallo Rautenperle-Fans, Heldenpeter zieht wieder eine App, das wisst ihr ja, wie immer, also er sagt die Wahrheit, nicht immer, aber für den HSV lüge ich auch schon mal, aber sonst ist alles in Ordnung, moin moin. Hallo HSV-Fans, ganz was Neues, der HSV hat neuen Sponsor, Orthomol, das ist eine Arzneimittelfirma, das soll jetzt unsere Brust klar machen. Und ich glaube, es gibt zwei Millionen im Jahr, das hört sich doch schon mal ganz gut an, also ihr könnt euch drauf verlassen, wir haben jetzt einen neuen Sponsor und der ist in Dresden schon drauf auf dem Trikot, so alles klar und dann wünsche ich euch alles Gute noch und der natürlich in Dresden sie vermögen, Orthomol, das ist eine Arzneimittelfirma, macht Diäten und alles, aber macht alles so, Arzneimittel und auch immer ein gutes Geschäft, zwei Millionen ist gut, alles klar, tschüssi. Ja gut, das zu tippen ist natürlich schwierig auch und ich erwarte in Dresden, die haben auch noch 10.000 Leute da, aber wie gesagt, ich hatte gestern das große Glück, noch mal mit den Dresden zu sprechen, mit dem Co-Trainer, der kennt ja den Osten ganz und gar, der war ja mal ein Auge daran überall, also der sagt ja auch, lass doch ein paar Zuschauer, ich finde das auch gut. Es hat ein bisschen Stimmung, als wenn da gar nichts los ist, also ich sehe das nicht so eng, aber die dritte Liga ist gefährlich in meinen Augen und wir wissen noch gar nicht, wo der HSV steht, ich weiß es nicht und wo Dresden steht, weiß ich überhaupt nicht. Also da tippe ich mal ins Blaue, also ich sage, wir gewinnen das 3-1 und dann ist das gut, wenn unser Simon noch, ich nehme an, dass Simon noch eingewechselt wird, der macht bestimmt einer in Dresden, die mögen sich das alle nicht und das ist gerade richtig so. Also ich sage, wir gewinnen das 3-1. Also grandios, also wir haben das ja schon gesehen, in Bochum hat er ja auch nicht, er war ja kein Stammspieler in Bochum, so ist das ja nicht, aber diese Ausleihe hat was gebracht. Wo ich immer, ich bin dagegen ausleihen, das wissen die Fans auch, aber wie gesagt, das hat wohl was gebracht, er ist körperlich auch noch mehr geworden. Und ich sage das jetzt jede Woche hier mal in den Raupenfeld, der hat in den Bayern ein Liga-Tor gemacht ohne Ende. Der ist, der ist, im Paket ist gekommen, das wissen die alle gar nicht. Viel ist gegangen und er ist im Paket hierher gekommen, das ist doch, ist doch normal, das wissen wir doch alle. Nee, ihr nicht, aber eh. So, das wollen wir dann weitersehen. Also für mich ist Winsheimer der Gewinner der Vorbereitung im Moment, aber das gibt noch mehrere, nicht nur Winsheimer. Ja, ich meine Leisner, ich meine, das ist mir so egal, wer der Kapitän ist, da fehlen sie mich ja noch. Aber nee, zwar ist was eine, Leisner ist natürlich ganz kurz nur ein Klub, also ob das nun angebracht ist, weiß ich nicht. Aber der macht den Mund auf, das haben wir ja schon gesehen, kann dazwischenhauen wie so ein Wilder. Also ich sehe ihn vorne und das macht das, vielleicht macht der Trainer das auch diesmal alleine, ohne Spielerrat, ohne irgendwelche Dinge. Er sagt, du bist der neue Kapitän, Toni, und dann läuft das. Also da habe ich keine Probleme, wer der Kapitän ist, das ist ja, das ist Profifußball, das ist kein Kind der Geburtstag, das ist mir so egal. Hauptsache, ich gewinne den Dresden, das andere Umrichte. Meine lieben Fans, da habe ich Vorurteile und da möchte ich mich an sich nicht zu äußern. Weil, aber ich kann mich ja ein bisschen zu äußern, aber ich bin mit ihnen auch gut befreundet mit Poli. Poli sage ich immer wieder, wenn der Trainer das nicht will, ist das schon okay. Das geht nicht um Pollerspick, das geht nicht um Hellenpeter oder um Rautenperle, das geht um den Hamburger Sportverein. Und wenn der Trainer sagt, der André ist besser und der Kai Rabe auch, das ist der Torwarttrainer, wenn der sagt, er ist besser, Poli ist nicht so gut in Form oder was weiß ich, wie auch immer, dann ist das so. Dann passe ich mich an. Es geht mir nur um den HSV, das wiederhole ich auch tausendmal. Also, Poli ist weg, so gut wie weg. Und ob man nun jetzt noch einen Dritten holen muss, irgendwoher, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann den Jungen aus Berlin nicht beurteilen, aber das wird jetzt, glaube ich, U21. Also, ein Torwart muss nicht geholt werden. Oder Fernsehbuch noch irgendwo ein Torwart kriegst du überall, also kein Thema. Ja, normalerweise darf ich den nicht treffen. Also, vor 30 Jahren hätte ich ihn gewürgt. Also, im Grunde genommen ist das so. Stefan ist ein guter, das habe ich auch immer gesagt. Aber der hat ja drei oder vier gute Spiele gemacht. Also, die kann ich doch nicht gleich sagen, der muss nach Bayern München oder irgendwas. Das geht nicht. Und Stefan ist ein ordentlicher Junge. Ob er mit dem Berater sich einen Gefallen getan hat, da bin ich natürlich skeptisch. Also, da bin ich skeptisch. Aber ich nehme an, dass er auch noch ein gutes Elternhaus hat. Der bleibt in Hamburg, brauchen wir gerade nicht diskutieren, was er da erzählt ist. Blödsinn. Oder Sie müssen den 20 oder 30 Millionen aufrufen. Ja, käuflich sind wir alle, das wissen wir doch. Alles gut. Nee, Stefan bleibt in Hamburg, das sehe ich so. Ja, Jungs, den wirst du ja für die alten Perle abonnieren. Das ist ja immer noch so ein bisschen dünn. Und dann müsst ihr, dann mache ich dich Gas geben. Und jetzt nächste Woche, dann ist das Interessante da, das Getippe mit Helm Peter. Das ist ja schon mal das mit dem Tippkönig. Und dann wollte ich mal erwähnen, auch Helm Peter, er hat ja auch einen kleinen Kanal. Und dann wird er sich live äußern, vor den Spielen und nach den Spielen. Und auch zu den Spieltag. Das ist meine Worte. Wenn ihr mal Bock habt, klickt doch mal rein. Und dann abonniert ihr mich und dann ist das alles klar. Sonst fühlt sich euch alles Gute. Und den HSV natürlich, den Sieg in Dresden. Das wäre natürlich für die Moral gut, aber auch für die ganze Saison. So sehe ich das. Da darfst du nicht verlieren, aber er fährt schwer. So, dann wirst ihr euch noch ein schönes Wurken in der Haut rein. Und morgen dann natürlich gucken, HSV gegen Dresden oder Dresden HSV. So, dann kommen wir in der Haut rein. Untertitelung des ZDF, 2020